Also die Anreise aus Berlin, die war sehr angenehm aufgrund des schönen Wetters und im Grunde genommen bin ich hier, um mich über den konstruktiven Holzbau weiter zu informieren und die Veranstaltung trägt dazu bei, dass ich mein Wissen da noch vertiefen kann. Für uns in Berlin ist sicherlich die Nachverdichtung des Wohnraums ein Riesenthema. Aufstockung, Holzrahmenbau, das sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Wir sind lagerführender Händler von Swiss Crono, arbeiten sehr gut und intensiv zusammen. Wir wollen zukünftig im Thema Magnum Board ein bisschen aktiver werden und ansonsten arbeiten wir mit Swiss Crono zusammen im Bereich der normalen USB-Platten, aber auch das Thema Sensitive ist in Berlin ein Thema. Wir haben das schon mal gesehen, das Showmodul in Eberswalde, auch da war es sehr interessant, die Produkte sich einfach nochmal vor Ort in live anzuschauen und man bekommt da einfach einen ganz anderen Eindruck von den Neuern. Vielen Dank.